Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, 7. April, Freitag, einen Tag noch und ihr habt Wochenende, zumindest die meisten von euch wahrscheinlich, Geek Talk Daily 92, heute mit mir Martin Pogipsi-Rechsteiner. Ich habe heute einiges von Themen für euch mit dabei und die rappe ich doch kurz mal runter. Pegasus, Husin, Skype, Scorpio, PS4 oder Xbox, Fire TV Stick, Blue Origin, Twitter Lite, Ubuntu, Flatter, Chef-Roboter, Pebble, Samsung Galaxy S8, Clips, WatchOS, Apple Pay und Apple Park. Ja, sind einiges an Themen, aber auch ein paar ganz kurze mit drin und deshalb beeile ich mich doch gleich mal. Staatstrojaner Pegasus, den gab es bis vor kurzem nur für iOS, jetzt mittlerweile leider auch für Android. Da ist es kein Day-One-Schwachstelle, die sie ausnutzen, besser gesagt, sie kommen da anders rein. Alles in allem unschön, dass es diese Möglichkeiten gibt. Noch viel unschöner ist, dass da viel zu wenig getan wird, dem entgegenzusetzen. Auch wenn das Ganze relativ grob ist, also man muss 10.000 Wehrungen sein, hinten in den Topf schmeißen, damit man überhaupt mal so eine Überwachung reinbekommt. Aber wenn es die hinkriegen, dann kriegen es böse Menschen mit irgendwelchen kriminellen Machenschaften leider auch anders hin. Also deshalb, Buh und weiter in der Entwicklung, macht die Löcher dicht. Microsoft hat eine iMessage-Erweiterung gebastelt. Ich liebe ja diese Erweiterungen, die es gibt in iMessage. Da gibt es ein paar ganz sinnvolle Geschichten drüber. Müssen wir mal einen Blogartikel schreiben. Und Microsoft hat jetzt auf Basis von Bing, ja ich weiss, Suchmaschine, die fleißig genutzt wird, eine kleine Erweiterung gebaut, um Termine auszumachen mit Freunden. Kino, Restaurantbesuche und so weiter. Witzige Idee, leider wieder mal nur USA. Ich hoffe, das Teil kommt auch in die Schweiz. Des Weiteren hat Microsoft ein Update bei Skype rausgehauen. Für den Mac in der Version 7.5. Da könnt ihr jetzt neu auch, wenn ihr irgendwo im Finder seid, eine Datei habt und verschicken möchtet, rechter Mausklick und dann das gleich über das Share-Sheet, also über die Freigabe-Dings, wie in einem Skype-Kontakt zugänglich machen. Wie das geht, Link bei uns in den Shownotes. Dann hat Microsoft heute oder die letzten Tage ein paar Medienleute eingeladen, um ein bisschen einen Blick auf die neue Spielkonsole zu bringen. Sie haben den Namen nicht verraten, den Preis nicht verraten, nur ein paar Specs, welche das sind und wie die die PS4 übertreffen. Und ja, sie übertreffen sie deutlich. Das könnt ihr bei uns nachlesen im Beitrag. Schon allein die Leistung, 50% mehr, nicht schlecht. Und ja, auch der Preis, obwohl eben der nicht fix war, ist sehr, sehr verlockend, solltet ihr euch einlesen. Dann gibt es die ganzen Osterangebote, die es aktuell gibt auf Amazon etc. Wer sich aktuell noch eine Playstation oder eine Xbox kaufen möchte, sollte sich unbedingt die ganzen Bundles anschauen. Der Jan und ich plädieren ja immer wieder auf diese Bundlespreise und da gibt es wieder ganz, ganz aktuell und ganz, wie soll ich sagen, ganz interessante, besser gesagt. Vor allem auch kostengünstige. Link dazu natürlich wie immer bei uns in den Shownotes. Fire TV, das Update mit der Alexa-Anbindung, ist endlich rausgeflogen. Wer also on Fire TV hat, sollte sich die Firmware updaten, denn dann bekommt ihr auch Alexa drauf. Wir bleiben bei Amazon. Da hat Jeff Bezos, genau, der Chef von Amazon, etwas verlauten lassen, um im Bereich Blue Origin, also mit ihren Raketenplänen, vorwärts zu kommen, wird er ab sofort jährlich eine Milliarde von Amazon-Aktien veräussern und das ganze Geld nachher in die Entwicklung der Raketenpläne investieren. Na dann dürfen wir gespannt sein, wenn die nächste Rakete abgeht. Wenn ihr das nächste Mal kein Tweet rausbekommt, das gibt es ja, je nachdem, wenn ihr nach Edge abrutscht oder solche lustigen, altertümlichen Techniken im Mobilfunkbereich, dann gehen Tweets mit Bildern und so weiter nicht gut raus oder ihr habt einfach zu wenig Power, um die ganzen Tweets nachzuladen. Wenn das nicht funktioniert, light.twitter.com in eurem mobilen Browser ansurfen und dann bekommt ihr eine ganz, ganz schlanke Twitter-Oberfläche. Endlich wieder mal was Sinnvolles in Richtung Twitter oder von Twitter besser gesagt. Etwas Unschönes, aber ja, war leider klar, Canonical stoppt die Entwicklung an Ubuntu für Smartphone und Tablets. Nachdem es damals mit dem Crowdfunding-Smartphone nicht geklappt hat und dann auch, ja, mit dem Telefon, die sie dann so rausgebracht haben, alles zäh und unschön war und immer ein Nischenprodukt war. Schade, aber ja, nichts als konsequent, würde ich doch sagen. Nichts als konsequent ist ein anderes Thema. Adblocker oder die Adblock Plus App oder der Anbieter von der App hat sich Flatter gekauft. Für mich ist ja Flatter schon lange gestorben, jetzt erst recht. Nutzt ihr Flatter noch? Vielleicht gerne in die Kommentare oder via Social Media, würde uns Wunder nehmen. Wenn Roboter Einzug erhalten, einhalten in die Teppichetage. Ein ganz, ganz interessanter Beitrag in der Handelszeitung zu dem Thema, dass in näherer Zukunft immer mehr Roboter auch nicht nur im normalen Firmenbereich kommen, im Fertigungsbereich, sondern auch in die Teppichetage, weil die viel unemotional reagieren und analysieren und entschliessen können. Wenn euch das Thema interessiert, der Beitrag ist auf jeden Fall lesenswert. Könnt ihr bei uns im Blog nachlesen, der Link. Dann, die Pebble wurde ja, oder die Firma, hinter der Pebble steckt, wurde ja am letzten Dezember von Fitbit aufgekauft. Und da kam ja der grosse Aufschrei, was passiert mit den Pebbles. Die haben jetzt was ziemlich Geschicktes gemacht. Sie haben die Pebble, also eure Pebbles, von dem Cloud-Service ein bisschen, wie soll ich sagen, gekappt oder auseinandergenommen. Und bringen somit eine längere Lebensdauer, dann heisst, ab sofort wird dann die Pebble nur noch direkt von eurer Uhr mit dem Smartphone, was ihr habt, kommunizieren und keinen Umweg mehr oder keinen Weg mehr über die Cloud machen müssen. Somit ist die Uhr auch noch, nachdem das Ganze abgestellt ist, lauffähig. Nutzt ihr noch eine Pebble? Habt ihr noch eine? Wenn, dann gerne in die Kommentare. Würde mich doch Wunder nehmen. Mich hat das Pebble-Fieber nie ganz gepackt. Gehen wir rüber zu Samsung. Da habe ich zwei Themen. Zum einen im SGS 8 hat es ja den Bixby-Button, also einen zusätzlichen Button für den Audioassistenten. Jetzt gab es tolle Neuigkeiten, denn dieser Button lässt sich auch umkonfigurieren. Das war ja meine grosse Angst, wenn Bixby scheitern sollte, was passiert mit dem Button. Samsung war natürlich so schlau und hat den Button freigegeben, dass man da auch eine andere App drauf machen kann. Also Instagram, Snapchat für den Achim oder was auch immer. Sehr, sehr praktisch. Sofern er natürlich einen Samsung nutzen würde. Dann gab es auch einen Entscheidung im chinesischen Gericht. Samsung durfte 11 Millionen Euro, also relativ wenig Geld, aber dennoch an Huawei bezahlen, weil sie bei über 20 Smartphones und Tablets Patente von Huawei verletzt haben. Spannenderweise ist ja Huawei bei diesem Pax-Kompakt, Pax, wie sagt man, Konsortium, was Google in die Wege geleitet hat, nicht mit dabei. Also eine der, nicht einzigen, aber zumindest eine der einzigen grossen Firmen, die hinter mit Android arbeiten und da nicht mit drin ist. Obwohl, wenn ich mir so die Liste anschaue, da sind ein paar chinesische Unternehmen nicht dabei. Könnte noch spannend werden, was da die Klagen anbelangt. Ja, dann in der Apple-Ecke habe ich ein paar Dinge. Apple Clips ist jetzt endlich da. Vor kurzem bei uns in den News-Folgen vom Mutter-Podcast angekündigt, so eine kleine Snapchat-Filter-Tralala-App. Die ist jetzt da und hat beim einen oder anderen Review nicht allzu gut abgeschnitten. Habt ihr die App schon getestet? Wenn ja, lasst uns doch mal ein Bild, so ein verzerrtes, verfiltertes, zukommen. Würde mich Wunder nehmen, was ihr damit macht. Ich habe es mir zumindest vor der Sendung geladen, aber noch nicht ausprobiert. An die Besitzer einer Apple Watch mit dem Nike-Design. Da gibt es jetzt schöne Neuigkeiten, denn ihr bekommt zusätzliche Watch-Faces geliefert. Was genau dahinter steckt, hat euch der Jan in einem Beitrag vertippt. Das könnt ihr nachlesen. Es sind sechs neue Farben, die ihr da unter anderem einsetzen könnt. Also nicht die grosse Welt, aber immerhin ist wieder ein bisschen mehr Individualisierung dazu gekommen. Dann Apple Pay. Hatte einen schwierigen Start. Apple Pay wurde jetzt ja drei Jahre alt, aber Apple sieht sich auf gutem Kurs. Und wenn ich mir so andere anschaue, wie eben Google Pay, Samsung Pay und so weiter, die kommen ja erst jetzt langsam in die Wege, nachdem Apple einiges vorgekämpft hat. Mal schauen, wie lange es noch dauert, bis Deutschland, Österreich mit dabei ist und vor allem auch, bis der ganze Markt ein bisschen mehr aufwacht. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Link zu den neuesten Luftaufnahmen zum Apple Park. Denn da gibt es wieder ein monatliches Video, das April-Video. In diesem Monat ziehen die Mitarbeiter ja ein. Und ja, da gibt es noch einiges zu tun. Wie immer, Bebaustellen ist ja bis zum letzten Tag ziemlich Chaos. Und ich bin schon gespannt, wenn es fertig ist. In diesem Sinne, das waren die News für den heutigen Tag. Ich gebe mein Zepter ab. Nächste Woche ist der Jan wieder dran. Und ja, euch ein schönes Wochenende. Euer Pogipsi. Einen erfolgreichen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.